Ich heiße Amira Kafa und mir geht es gut, dass ich nicht mehr stotter will. Wie alt bist du? Ich bin acht Jahre alt. Ich heiße Luca Matteo und ich bin sieben Jahre alt. Und was hast du in deiner Hand? Zeig mal. Ein Sternbild. Ein Sternbild. Und was bedeuten die Sterne? Die sind immer ein Tag, wo ich die Methode konsequent angewendet habe. Und wie ist es, um nicht mehr zu stottern, ihr beiden? Finden wir gut. Ja. Erzähl mal Amira, wie ist das für dich, mit einer Freundin gut sprechen zu können und so weiter? Sehr gut. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.